Hallo, ich bin Jo von Support.net. Heute möchten wir Ihnen das Spiel Cat präsentieren. Mit Pharaonen, Spiegeln und Laser. Ziel des Spiels ist es, mit dem Laser aus der eigenen Sphinx den gegnerischen Pharao, eine andere Spielfigur, abzuschießen. Damit Ihnen dies gelingt, müssen Sie mithilfe der Spiegelfiguren diesen Laserstrahl umleiten. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Im Verlauf des Spiels müssen die einzelnen Figuren gedreht und bewegt werden. So kann es sein, dass der Laserstrahl am Ende des Spiels einen ziemlich komplizierten Weg zum Pharao nimmt. Cat verlangt seinen Spielern einiges an Konzentration und logischem Denkvermögen ab. Mit den Lasern zu spielen macht einen Riesenspaß, schade nur, dass die Figuren nicht allzu gut verarbeitet sind. Das Spiel wurde uns freundlicherweise von getdigital.de zur Verfügung gestellt und ist nach unserem Wissen bislang ausschließlich dort erhältlich.